Tier, Gravel? Kann ich mir endlich ein Brot machen? Tier, Meister, Natur Natur und Summen Ja, das ist... Deswegen hab ich gesagt, einfach eine extra Kiste für Blumen Was gibt's denn in der Natur sonst noch so? Steiniges Grövel Ja, das ist... Ich könnte mich immer nicht entscheiden Manche sagen ja so... Gravel Das hieß ja früher Gravel, dann Kies, dann für manche Gerölle Nein, das hieß einfach Gravel Wie gesagt, Gravel, das kann ich nicht nachvollziehen Gravel ist der englischen Name Wirklich? Ach so, das war es ernst gemeint Ja Wenn du auf Englisch bist, heißt es Gravel Ja, nicht auf Deutsch Schweine Ja, mit dabei ist die deutsche Übersetzung dann noch gut genug, um Deutsch zu spielen Ja, doch früher ganz schäbig Ja Leuchtstein Oder auch Rotstein zum Beispiel Ja, Rotstein Oh ja, Rotstein Aber ich glaub, das war so eine der ersten Änderungen, die sie nochmal gemacht haben Haben sie's ganz schnell korrigiert, dass es nicht mehr Rotstein heißt Oh, ich bin so böse, ich esse ein rohes Hühnchen Wieso wird's genug? Jetzt dunkel Ach so Na ja Ich kann auch mal ein bisschen Glas verarbeiten, denke ich mal Wie macht man eigentlich gefärbtes Glas? Färbemittel und Glas Ja, packst du ja nicht einfach so ein Crafted Table dann Doch Sicher? Danke schon Cool, dann mach ich das mal Wüsste nicht wie es sonst geht Weil zwei Slots hat ja der Ofen nicht, ne? Ne Ach, meine Blumen hast du ja gehabt Oder auch nicht, oder hier sind da Blumen 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 Ich guck mal, was da für Farben rauskommen Was macht der? Der macht hellgrauen Stuff Der macht auch hellgrauen Stuff, langweilig Der macht gelb und der macht Rot Zwei mal hellgrau? Wie dumm ist das denn? Wie so ein Pferd Oder Englisch schon Das dumm ist, ich kann nicht rennen, weil ich nicht genug Essen habe Oh, ich gleich auch nicht mehr Oh, verdammt, es wird Nacht Lauf, lauf, lauf Das ist Clay, aber ich hab jetzt keinen Bock drauf Schneller Ich hasse diese Lecks Vor allem einfach so und mal zwischendurch Vor allem einfach so und mal zwischendurch Einfach, weil ich Minecraft kann Einfach, weil ich Minecraft kann Ah, hellgrauer Farbstoff Äh, lag nicht so rum Äh, lag nicht so rum Hey, nicht so gespräch Redet noch ein bisschen weniger Ich komm dann immer zum Wort Ein Apfel Ich bin zuhause, juhu Wie bist du jetzt schon wieder zuhause? Ich hab Angst im Dunkeln Ich trau mich nicht Ich geh jetzt raus, Monster töten Komm mal bei der Seite Da bist du sicher Ja So lange mir ich dein Hasen zeigen möchtest Ja Aber was war das denn? Ich hab dir das leider immer gefallen Ja, er hätte ihm nichts gemacht, weil da unten was heißt aber Da ist ein Hund Das ist lustig Schön Ah, da war ich wohl auch schon Oder auch nicht, ne, das war woanders Auf einer anderen Map, öh Singleplayer Ja Habt ihr eigentlich die Gambrow hingestellt, dass die Creeper nichts mehr kaputt macht? Äh, ne, die sind noch Kaputtmacher Oh Ich weiß ja langweilig Ich mag das aber nicht Na gut, solange man nur im Untergrund baut geht das ja noch, aber So ne Oberfläche, Holzhaus, pfff, kaputt, ist nicht so schön Das stimmt Oh, das ist ein Spinnreiter Gibt's zu Ende? Oh Oh Oh, oh, oh Oh, ne, oh Oh, ne, oh Oh, ne, oh Oh, oh 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 Äh Monsterjäger Hm Ghostbusters Ghostbusters Gaspers Also wenn man Schweine falsch bewegt, dann sieht das bei Miros als ob da, als ob das so ein kleiner zusammenflügt auf einer Verdammungsammlung rauskommt nicht so ist es aber es ist ein bisschen aber es ist erstmals ich war einfach so über den Ozean einfach weil ich nichts besseres zu tun habe aus dem Boot ein schönes wie ich schwimme ich bin Freischwimmer oh je es war mein Bounty is swimming over the Ozean ich kann nicht singen gibt es da nichts interessantes hier auf einem Schreibtisch was ich machen kann oh ist doch knapp übrigens mein Stuhl knorkst hier dann im Hintergrund die ganze Zeit rum über Fleck mitbekommen habt ja das reicht ich bin nicht wirklich das ist auch gut und steckt vor allem Roland Land in Sicht Land in Sicht durch Amerika entdeckt nein Indien das ist Indien das war nur eine kleine bewaldete Insel macht sie zu einem Sitze fahren auf doch wenn das Kind läuft und von mir auf unserem Feld um in Klapp mit mir vor du kannst du so ein so ein Schild machen und dann draufschreiben hier meine Insel Edwin bei Akku genau oh da sind so eine zwei Hohenpflanzen ich hab das glaub ist das wirklich ist das schon wieder so eine ich sterbe gleich oh mein Gott oh mein Gott ich muss was essen ich muss was essen ich muss was essen eine rote Tulpe habe ich geh weg geh weg oh hier sind viele verschiedene Blumen das ist schön ist das ein tolles Biom Flower Forest ich bin ich bin ein Blumenwald ich muss grad ab und vor eine Spinne die mich verfolgt ist das Wasser ich hatte ja schon ehrlich gesagt Schiss als ihr gesagt hat überall ist ein Ozean dass ich irgendwas falsch eingestellt habe dass die Möp total klein ist kann man das überhaupt ich glaube das könnte ich verkacken aber ich hab's anscheinend nicht ich hab mal ein paar Mal so ein Sieg gehabt da bin ich dann einfach mitten auf dem Ozean gesprungen da war auch so eine kleine Insel und dann bin ich einfach gestorben äh konnte ich nichts machen weil da ja nichts war da war da ein Baum Pfingstrose da war ein Baum ich hab auch mal ein Ozean Survival gemacht und mir einfach auf dem Baum auf so einer winzigen Insel alles aufgebaut das ist auch nicht schlecht aber wenn man irgendwie so ein großes Abenteuer haben will dann ist das nicht unbedingt Sternlauch Sternlauch ich komm auf diese Namen nicht klar ja ich bin gesprungen Facefall Nein tu es nicht zu spät ok war das mit dem Descounter nochmal ja das sollten wir einführen mach das mal bitte ich bin schon dreimal gestorben ich habe so etwas verdient man selbst durch Essen absterb ich trotzdem noch nachher eine Unfähigkeit doch verdammt ich hab kein Eisen mitgenommen das ist keine wie man habe ich eine dickverzauberte Diamantenrüstung sterb trotzdem ja Fettel aus der Welt raus öffnungsweise Alter also wenn jemand Kohle braucht ich hab ein paar Stecks in meiner Kiste gegeben ok glaubt mir alles her ich mein nehme ich mir Kau und Kau und Kärnix klauen doch aus dem Wasser da gegen Pol ja so sie sind zumindest mit Bostolmen Helm dann haben verloren und meine ganzen Werkzeuge in den Schatten Wasser gefallen Aber ich trau mich nicht ins Wasser, ich bin Gamer, oder? Ja, dann... Stimmt, das geht nicht, dann wird man ja sauber oder so. Ja, dann kommt RTL. Hab ich auch schon mal gehört. Schrecklich. Oh, jetzt ist mein Chicken ganz nass geworden. Mann. Scheiße. Wer möchte denn nicht nasses Fleisch haben? Er ist trotzdem noch. Auch wenn schuldig. Ja. Ich hoffe, ich finde irgendwann doch nochmal ein NPC-Dorf. Das wäre cool. Damit man vielleicht dann nochmal Kartoffeln anbauen können. Oder Karotten. Oder dann Schmiede drin ist. Kartoffeln wäre das Beste. Kartoffeln. Weil die sind eine super Nahrungsquelle. Naja, stimmt, das gibt's ja alles. Ich hab, wie ich auch schon mal erzählt hab, mit dem Kumpel in letzter Zeit viel auf der Xbox-Minecraft gespielt. Da gibt's das halt ja noch gar nicht. Nicht mal Kartoffeln? Nein. Das letzte Update, was auf der Xbox kam, war das Dschungelbion, was dazu gekommen ist. Oh. Oh. Also die Hinken minimalst hinterher. Hier ist ein großer Pilz. Warum das? Ein Pilz? Ein großer Pilz. Bist du ein Pilzbion? Eigentlich nicht. Bist du vielleicht in diesem komischen neuen Dunkelwald? Dingster, boomster, biome. Moved Forest. Genau. Nimm mal das Holz jetzt ein bisschen mit, das ist cool. Das ist so ein dunkles Holz. Gieß mir all your Pilze. Give me all your mushrooms. Wir haben eine Enddose Nahrungsquelle gefunden. Bzw. du. Pilze. Oh, hier ist ein Lava-Fall. Nein, es verbrennt alles. Ich muss den Pilz retten, der nicht verbrennen kann. Also retten, indem ich ihn abhaue. Ich hätte Eisen mitnehmen sollen. Warum hat mir keiner gesagt, dass ich Eisen mitnehmen soll? Ich hab's vergessen. Oh, ich hab da ne... Ich bin so schlau, ich hab da ne Eisenachs mit. Genius. Schwarze Eichenholz. Nett. Ich geh jetzt ein bisschen Erde-Farm und Sand und alles. Zombie-Gespawned in unserer Bude. Hast du schon wieder nicht ausgeleuchtet, ja? Doch. Ich bin enttäuscht. Enttäuscht von dir. Oh, ja, bisschen Zeug. Tritt mir nicht mehr unter die Augen. Ich bin nur überlegen, ob ich mal links in die Schlucht reingucken soll, aber naaaah. Bei deinem Glück. Ich muss mich nach einer geikerten Stelle um... Da oben baue ich drauf. Hätteleiter mitnehmen sollen, das wäre vielleicht schlau gewesen. Aber egal. Schämlich. Ja, mach ich. Los in die Ecke. Ich brauche jetzt einen Sandberg ab. Wo die in keiner von euch nicht Whetstone haben oder so? Ja, ich brauche es vielleicht irgendwann mal. Aber jetzt noch nicht. Damit er sich nicht wieder verloren. Ja, das stimmt. Immerhin denkt damit. Und geht nicht nur wieder auf Expeditionstour und verwirrt sich dann noch ein. Und wahrscheinlich vergesse ich dann den Kompass. Das sehe dir ähnlich. Das weiß ich, da ich dich schon seit anderthalb Stunden kenne. Ich habe deine Persönlichkeit schon genauestens analysiert. Ich weiß alles über dich. Ich hätte gerne irgendwie... Ach nee, ich wollte gerade sagen, ich hätte hier gerne so einen Fürst, dann könnten wir einen Hafen bauen. Aber wir haben auf der anderen Seite gleich ein Meer. Fail. Oh ja. Epic Fail. Also ich kann jetzt schon mal sagen, mein Kampfton wird niemals bis zur ersten Apokalypse fällig. Niemals. Nee, glaube ich nicht. Wahrscheinlich wird die erste Apokalypse jetzt nach dieser Session sowieso schon sein. Wo du dann locker schon zehn Folgen hast wahrscheinlich. Ja, ich kann ja auch zum Noten ein bisschen Überlänge machen. Also sollte jetzt rein theoretisch noch irgendwie jemand kurzfristig dazukommen, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, kurz vor Schluss machen würden, dann würde ich demjenigen natürlich noch eine Chance geben, nicht dass er direkt in so einen Enderdrachen auch so reinrennt zum Beispiel. Warum nicht? Das ist doch die kalte, harte Welt. Ja, da wird der Deathcounter wieder ein bisschen angekurbelt. Nicht nur durch eine Person. Ich habe natürlich meine schönen Holzschüssel nicht mitgenommen. Wie geil sieht das denn aus, bitte? Ich ziehe jetzt hier hin. Nach Amerika, Indien, wo auch hin auch immer. Nee, in diesen Wald. Und das sind so geniale Berge. Die sieht so episch aus. Ich habe mich nicht verbaut. Ich überlege wirklich, ob ich mich hier hinziehen soll. Außenlager richten. Macht das doch. Es wäre nicht einfach so schlecht, überall Außenlager zu richten. Ich bin gar nicht so doof. Ich bin unabhängig von euch. Hey. Ich bin nicht ein unabhängiges Außenlager. Ich bin nicht die Apokalypse mit. Naja, das sind wir noch. Na, darauf will ich dich nicht verlassen. Na, komm, spring. Oh, hier sind sogar braune große Pilze. Nice. Cool. Ich kann unabhängig von euch leben. Tja, ich glaube, das wird dann nichts mehr mit eurer WG. Ich ziehe sowieso bald aus. Nein! Alle lassen mich alleine. Nein! Nee, nee. Ich gehe dann nur einen Berg weiter. Keine Angst. Ich brauche jetzt überall Untergrundbasen. Nicht säuren. Sorry. Es ist so in mir drin, so diese Flachen zu reißen. Hier sagt einfach immer nichts dazu. Ich fasse es nicht. Ja, irgendwie. Ich muss mich Stoade konzentrieren. Ja, das sagen sie alle. Und steigen. Ich habe endlich gecheckt, wann das Weizen bei meinem Texture Pack fertig ist. Okay. Ich bin begeistert. Danke, danke, danke. Ja, danke. Oh, was bist du denn für eine Riesenrose? Rosenstrauch. Ich sage, wie viele Blumen gibt es denn? Und Schweinchen sind hier. Ich glaube, ich werde noch einmal kurz zu euch wieder zurückkommen. Ich werde mein Zeug abholen, dann werde ich wieder zu mir gehen. In meine neue Wohnung. Meine bessere Wohnung. Ich glaube, ich baue jetzt einfach die ganze Wüste ab. Das ist vor allen Dingen sehr spannend, ne? Ja. Und es wird auch überhaupt nicht lange dauern, da die Wüste so klein ist. Ich vor Rat sagen, das geht zum Glück total schnell bestimmt. Na, nimm bitte eine Holzschaufel. Das geht das mal zu schnell. Dann mach dann... Ich bin irgendwann eine Diamantschaufel mit Effizienz 10.000. Part 500, wir haben 2% der Wüste abgebaut. Ja. Übrigens reicht auch Effizienz 3 schon. Ich mach die Wüste einfach komplett eben. Richtig. Es reicht Effizienz 3 schon. Hm. Boah, ich hab 6 Brote rausgekriegt. Leg mich am Arsch. Wow. Ist ja gar nicht... Aus dem gesamten Feld? Ähm, nee... Ja, ich weiß nicht, ein Viertel war fällig vielleicht oder so. Oder... Nee, noch nicht mal. Der einzige Nachteil an... ...dem Gebäude da unten ist, einfach, dass... ...es ewig lange dauert, wieder nach oben zu gehen. So, zwei Spitzhaken gebaut. Oh mein Gott, wie viel Kohle ich habe. Ja, klau ich mir dann mal, ne? Gerne, also ich hab genug, du kannst dir gerne was nehmen. Neh mich mit für meine tolle und bessere Wohnung. Hahaha. Oder ich baue die ganzen Dings hier mit überirdischen Gebäuden, die dann mit solchen Übergängsbrückenteilen, Dings da, verbunden sind und unterirdisch mit Eisenbahnstrecken. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, genau, das hab ich auch sehr verständlich ausgedrückt gerade. Also nochmal auf Deutsch, was willst du machen? Ich baue einfach auf jeden Berg ein Haus rauf. Die verbinde ich dann miteinander, oberirdisch und unterirdisch dann mit Minecraft-Strecken. Okay. Falls es dann doch mal kommt aus der Apokalypse, kann ich einfach jetzt das Haus fahren. Ich glaube, da geht schneller die ganze Wüste abzubuddeln. Ja, wahrscheinlich. Schade, dass es nicht so riesige Bohrköpfe gibt oder sowas. Die das dann einabnehmen, die Arbeit. Du bist immer noch nicht bei Vize-Biest. Ja. Ah, ich hätte gerne Quarry. Hier muss man alles von Hand machen. Ich war mir überlegen, ob ich den Vize-Biest-Mod mit auf die Liste nehme. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Hexet wäre mir lieber. Da muss ich gestehen, das kenne ich gar nicht. Schande. Hexet legt viel mehr Wert auf, das ganze Adventure-Zeug. Ja. Das ist halt mehr so Erkunden und Farmen an sich mit. Gegen Monstern kämpfen, dann das Erkunden und Vize-Biest halt mehr so Bauen. Technik, Technik, Technik. Genau. Oh ja, das habe ich in deinem LP schon gesehen. Mit diesen ganzen Solar-Pendeln und wie das da heißt. Oh ja. Bei wem jetzt? Äh, Darkwing. Achso. Ah, vielleicht gucke ich mir nachher mal ein bisschen was zu Hexet an. Ich habe da echt gar keinen Plan, was das so genau ist. Da kann man noch Chocobus reiten. Ja, ja, weil sofort was Chocobus sind. Ja. Natürlich, ich weiß das. So, ich schreibe mir dann mal die Koordinaten auf. Irgendwo ein extra Zettel. Es wird schon wieder dunkel, nur so nebenbei. Das ist mir egal, auf dem Ozean ist es völlig egal. So. MC Apokalypse. Na, ich bin am Haus vorbeigelaufen. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 2, 3. Minus 2, 6, 6. Das ist der Heimwald. Der Heimwald. Der Heimwald. Der Heimwald. Okay. Weil ich da wohne, Junge. Das muss ich mir mal deine Aufnahme an gucken, wo du dein Geschick hast. Wie regelmäßig sind wir das denn bei euch hochgeladen? Boah. Unterschiedlich. Also bei mir, ich habe das jetzt alle zwei Tage hochgeladen, weil ich nur vier Folgen hatte, aber... Ja, ich würde jetzt sagen, jeden Tag. Wir haben jetzt ja ein bisschen was aufgenommen. Was, jeden Tag? Naja, also ich werde jeden Tag nicht hochladen, das kriege ich nicht hin. Ich kriege das an sich abgearbeitet. Also ich meine, ich würde es hinbekommen, aber das schaut sich niemand an, ne? Ja. Weil ich lade meine... Ein Projekt lade ich immer alle Woche, immer einmal in der Woche hoch, also. Ja, das habe ich schon. Und das ist schon grenzwertig, weil ich mittlerweile ja nicht mal mehr jeden Tag was hochlade. Weil es sich sonst niemand mehr anschaut. Und ich habe zwar über 350 Abonnenten, aber... Denkst du, da gucken wir 350? Ne. Gucken wir 20. Nein, ich muss da gucken. Also ich versuche mich da auch so zu orientieren, wann die anderen dann irgendwie was hochladen. Um zu gucken, dass das dann so irgendwie ungefähr zeitgleich kommt. Weil die Folgen auch unterschiedlich lang sind. Ja, deswegen müssen wir... Wir können uns ja einfach absprechen. Wie lange was machen? So, ich habe keine Fucken, ne? Das ist nicht gut. So, jetzt gehe ich die total spannende Reise wieder zurück. Ich werde mich dann beim Render natürlich wundern, warum dann ab und zu wieder so eine total riesige Ausschläge kommen. Weil da sind das nur die Stellen, wo ich immer gehustet habe. Wieso ist es jetzt dunkel? Weil die Sonne untergegangen ist. Erstaunlich, ne? Ja, das... Unglaublich. Apropos Sonne, die... Dieser... Ich habe im Internet auch so ein... Solar-Apokalypse-Mod irgendwie gesehen. Ja, den habe ich auch schon mal gesehen. Und dann wieder öffnen. Und dann wieder öffnen. Lilly Miller Miller Mans Wir